Die Massen fragen sich, wie konnte er sterben? Ja, die Massen fragen sich, was er von der Wurst ist. Aber du hast doch eine gute Figur gemacht eigentlich. Naja. Bis zu dem Moment, als du abgenippelt bist. Das hättest du nicht im Spiegel sehen wollen. Bei Netflix habe ich mir hier angeguckt, im Westen nichts Neues. Das ist doch so ein Erster-Welt-Kriegs-Film, oder? Ja, und dann hatte ich voll Bock auf Insonso, oder wie das Ding heißt. Insonso, das habe ich heute gelöscht. Was ist das denn für ein Typ? Das stand bloß dumm in der Ecke rum. Warte, warte, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, gib ihm. Zieh durch, lass die Puppen tanzen. Ey, wir müssen uns mal ein bisschen sputen. Hier kommt irgendeine Wand. Mach ich nackig. Mann, jetzt muss ich schon wieder meine Heilung verplempern. Oh, da kommt noch so einer. Oh, da kommt noch so einer. Ui, cool. Rettung naht. Oh. Ui, Aura. Das sieht ja gefährlich aus. Ich würde dir ja helfen, aber ich habe Angst, dass du mir einer überbrätst. Warte, ich geh... Ich habe mich selber umgebracht. Ich habe mich schon gewundert. Er lässt ab von dir. Hm. Wie schlägt er denn zu, Junge? Junge, ich denke, ich habe hier einen brachialen Schaden mit dem Schwert. Wie kriegt man hier wieder Gesundheit, Alter? Das ist doch sinnlos. Was ist denn mit der 4? Was hast du denn da? Das ist irgendeine... Keine Ahnung. Wer trinkt das doch mal. Warte, ich werde mal lesen, was dran steht. Move... Ne, warte mal. Potion of Protection. Schützt mich. Ja. Aber es soll mich heilen. Nimm dein Trink. Move to Protection. Oh. Da war noch einer. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist zum Kotzen, Mann. Kann man denn nicht einmal Mann gegen Mann kämpfen? Das ist doch sinnlos. Feuer ist kein Reinigungsmittel. Nicht? Und schon habe ich schon mal die erste in die Fresse gekriegt. Da ist aber gleich sofort die Hälfte des Lebens weg, Alter. Soll ich helfen? Nö. Da hat ja einer aufgezockt. Mann! Hast du auch ordentlich geblockt? Oder hast du bloß das Schiff? Ja, natürlich habe ich auch ordentlich geblockt. Also mit rechter Maustaste. Jaja. So. Alter. Wieder zwei Stück. Hä? Guckst du dir die anderen Stecher? Ach Mann! Achso, ich habe noch gar nicht ready gedrückt. Sag doch mal was. So. Ja, also weiß ich nicht. Meins ist das noch nicht so. Weißt du? Guck mal, jetzt kommen zwei Stück. Ich sehe halt nichts. Oh, Alter. Ui. Cool. Danke. Ja. Krass. Oh, Alter. Das macht ja richtig Schaden. Da ist eine Kiste, da kannst du dich laden. Guck mal. Also geh mal wieder zurück. Nicht, dass ich dir hier eine gebe mit dem Ding. Oh. Der ist hinüber, Junge. Ja. Hast du eine Mütze auf? Ja. Ich habe hier noch eine Armormütze und Handschuhe. Handschuhe habe ich? Ich schmeiß dir mal alles hin hier. Alter, du siehst ja krass aus. Ich habe gerade hier eine Rüstung gefunden da drin. Hier kann man looten. Oh. Okay. Da rummort noch was anderes rum. Hier ist noch eine Mütze drin für Kleriker. Ich bin schon tot. Ach komm, hör auf. Ich habe einen totgeschlagen. Sehr gut. Na ja, dann bleibt doch. Ich kann eher nicht hinter die Mauer. Was? Hä? Was ist das denn? Wieso kam er denn zu... Ach, das sind drei oder was? Oh. Keine Ahnung. Ach, das sind wieder drei, Alter. Also ich habe schon ready gedrückt, ne? Ich bin kurz bei den Händlern, Alter. Die haben gepfefferte Preise, das sage ich dir. Ach so. Ja. Du kannst auch Bandagen kaufen. Hab ich gesehen. Er verkauft es für fünf. Sehr gut. Das Geld kommt irgendwie nie an bei mir. Ach so. Ach so, das ist... Ah, das stimmt. Das liegt im Inventar. Pauschen. Zehn. Du kannst Bandagen kaufen und heildrängen. Das kostet aber immer zehn Gold, Alter. Das ist so sinnlos. Was soll das bezahlen? Ich habe es noch nicht einmal rausgeschöpft. Ja drum eben. Ich habe gerade mal 15 Gold. Bogen-Schützen sind eigentlich relativ schnell umgebracht. Oh, warte. Da sind Bogen-Schützen, oder? Ich muss jetzt... Oh, hier ist noch so ein Typ, Alter. Ey, du Idiot. Oh, na wunderbar. Ich habe mich gerade geheilt. Steh ihn ab. Vorsicht. Oh. Ey, die Hälfte meiner Heilung ist doch schon wieder im Arsch, Mann. Also das mit der Heilung, das ist echt kacke so. Weißt du? Ich meine... Alles gut und schön, dass du auch so schnell stirbst und so. Aber trotzdem... Hier mal ein bisschen Heilung wäre schon nicht verkehrt. Komm doch... Ach, das bist du. Ne, die Fässer kriegst du nicht kaputt. Was haben die glaube ich... Oh, die haben ja jetzt schon die Mauer. Oh, scheiße. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir müssen hier los. Nein, ich bin tot, Alter. Ach, Mann. Er hat doch ein Schutzschild. Ach so, ein Schutzschild ist das? Ja, anscheinend. Ich habe auch auf ihn eingestochen. Ist nichts angekommen und ich bin tot. Benji meint, probiert es mal aus. Aber allein das... Ne, allein kannst du das direkt vergessen. Also wenn das... Wie willst du hier zu Geld kommen? Du musst als Gruppe wenigstens mal so dir ein Anfangsstash zusammen basteln. So, dass du mal ein bisschen Kohle auf dem Konto hast. Ansonsten hast du doch hier die Arschkarte. Das war doch nie was. Wir müssen die Vase kaputt machen. Ja! Wo ist mein Sch... Da waren noch zwei andere. Das Geld war mein Freund. Mann, Alter, ich hatte die Chance auf guten Loot. Ja, das ist ja auch... Du musst die Wege gehen. Und ich hatte auch schon welche, die haben dann gewartet, bis einer kommt. Die wissen ja, dass du da lang musst. Oder theoretisch könnte da einer kommen. Da warten die und dann schlagen die dich zu dritt tot. Da hast du keine Chance. Was? 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 Was schießt denn hier? Der andere hat so einen Helm. Ich habe gerade gesehen. Da habe ich einen reingewirkt gekriegt. Oh, da unten ist ein Zauberer. Komm. Den bringen wir um. Ey! Aua! Achso, das bist du gar nicht. Was? Da kommt einer. Ja, ich bin schon tot, Mann. Da sind schon wieder drei. Ich bin tot. Ja, das macht schon mega Spaß, muss ich schon sagen. Da sind schon wieder drei. Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Du musst... Weiß ich nicht. Es ist zwingend, dass du hier eine Dreiergruppe hast. Du kommst da nicht umhin. Das ist... Ja, auch so, Alter. Ich habe den anderen, der hat einen Pfeil und Bogen gehabt. Ich bin hinter ihm her und habe ihn auf eingestochen und nochmal gestochen. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann bin ich gestorben und ich habe bei ihm so die Hälfte abgezogen mit sechs Mal stechen. Achso. Sorry, Alter. Ja, aber so lange braucht ja keiner bei mir. Das ist so das... Naja, du hast ja Lullock hier an. Du weißt doch nicht, was die schon anhaben. Verstehst du? Ja, ja, klar. Das hat du vielleicht so wie eine 10er Rüstung bei... Ja, gut, aber dann hast du ja auch gar keine Chance. Wenn du dann reinläufst in einen von denen, dann heißt es du oder er. Und wenn du schnell ihr hast, dann bist du einfach so fertig. Ja. Höchstens du taktierst, du weichst aus und so. Das ist ja... Du blockst richtig. Also das ist ja dann... Das, was es dann den kleinen Unterschied macht. So, weißt du? Ey, was ist denn das jetzt schon vor? Was kommen die nächsten zwei Vollhonks? Stirbst du mal? So, Alter, vergiss es doch. Ne, alles nicht. Die Mumie ist ja übelst zäh, aber gibt es denn sowas? Ja, es ist... Du musst halt auch eine Klasse erst mal spielen, festspielen, dass das dann halt... Ja, aber ich bin halt einfach nicht zu fliegen mit den Klassen, ne? So, also weiß ich nicht. Meiner zum Beispiel jetzt. Ich habe kein Schild. Ich habe keine Heilung. Ich habe eigentlich nichts. Das heißt, das Einzige, was ich habe, ist mal stechen, weglaufen, stechen, weglaufen. So, aber wenn der mich in die Jäge dringt, dann war... Naja. Wie gesagt, das ist schon okay. Hm. Müssen halt... Weiß ich nicht, muss man sich halt reinfuchsen oder so, aber... So ganz werde ich da nicht bauen mit.